Wenn ich nicht da reingehen würde. Auch da oben. Machen wir mal eben wieder alle Kisten auf. Das war zu weit. Och mann. Ich würde hoffen, das war das letzte Schwimmlevel. Manimus. Lup. Hier sind schon... 250 sind schon krass hier hinzukriegen, ne? Fällt mir grad mal auf. Gut, ich hab die eine Seite noch nicht, ne? Da auch noch bedenken. Ja, die hab ich noch gar nicht gemacht. Einmal blaue Bananen. Blaue Bananen. Oh, Bananen. Kann ich die so einsammeln? Kann ich nicht. Schade. Ah, ist noch ein Loch. Blaue Bananen. Ah, okay. Na gut, wenn wir das gleich auch irgendwie... ...abgewerkt einmal, aber ich muss da sowieso nochmal rein. Schau mal, dass wir hier... Wie viele fehlen denn noch? Einmal kurz saven. Passt, passt, passt. Sieht ganz gut aus. Donkey Kong. 20 Bananen haben wir alles erstmal. Schwimm, kleiner Schwimm. Jetzt fehlen uns noch 15. Schmerzen. So, jetzt kann man das Level gleich nicht erledigen, weil uns irgendwas wieder fehlt. Ah, ich will nochmal... Ah, da ist noch ne Kiste. ... 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 Das haben wir hier richtig voll gefressen von. Das machen wir auch noch. Machen wir heute noch die letzte Folge. Beziehungsweise den letzten Teil hier noch im Fressbanan. Dann schneide ich das wieder in zwei Teile auf. Das ist okay. Dann kommen wir nämlich auch auf den Gegner schon hinaus. Und... Dann ist Donkey Kong mein letztes Ziel, weil Donkey Kong nur weiterspielen könnte. Hier, Bananen! Schmatzt er so? Guck mal, der könnte jetzt schon drankommen. Aber der zu kurze Arme. Didi! Didi hat nicht mehr so viel... Oh doch, 46. Bitteschön! Und... Ja... Er würde eigentlich schon drankommen. Aber... Kommt er nicht, weil er so fett ist. 35 Stück noch. Wie viele fehlen? 25, 10 mehr. Und... Jawoll! Klar, ich... tippe mal ganz stark auf Linky. Nicht mal eine starke Vermutung. Ja. Weil nämlich wir im vierten Level sind und davor Tiny kommen wird. Okay. Wie vermutet... Ist jedenfalls schon mal gut dran. Aber ich möchte gerne da oben noch das... Da noch was erledigen. Da gibt's auf jeden Fall noch Bananen oder so. Das ist eine goldene Banane. Bananen ist... Wumpe. Möchte auch ein bisschen... Wie viel hier sammeln. So viel es geht. Halli... Jopp. Oh. Wow. Da ist eine goldene Banane. Gefällt mir. Gefällt mir. Hallöchen. Äh. Oh. Oh, das war zu weit. Ah, da war auch noch ein Ding. Äh. Jetzt. Schauen wir mal. ok eine münze und das guckt wieder hier rein das auch noch ist okay kann man wo das hingeht aber ich nehme diese darüber kann ich einfach können wieder noch mal rein also jetzt gar nicht auf ukh und ich mache dass wir noch einmal kärme und gut ich sehe auf die uhr ich mache einen kurzen karton wir sehen sofort mit donkey kong weiter